Ja, aber am Tag nach der NRW-Wahl könnte man denken, es gibt eigentlich nichts Wichtigeres als die NRW-Wahl und die SPD und etc. etc. Aber es gibt eine ganze andere Menge Sachen, die mindestens genauso wichtig sind und überdreht wie kein Mensch irgendwie so richtig berichtet. Eben weil man die Ressourcen dafür braucht, um diese NRW-Wahl von allen Seiten zu beleuchten. Und vor allen Dingen müssen das alle gleichzeitig tun. Und deswegen, ich werde auch einen Bericht dazu machen, aber einen eben und nicht irgendwie 58 Millionen und gucken, mit welcher Intensität hat sich Martin Schulz die Nase geputzt. Das werde ich nicht tun. Nein, nein, nein. Kommen wir mal lieber, um wieder zu zeigen, wie dusselig eigentlich die CDU ist. Und dass man innerhalb der CDU, da kann man sich eigentlich erlauben, was man will, das ist eigentlich völlig egal. Da kann man ruhig irgendwie gerade eben in diesem Moment jetzt gerade so eine Besoldungsaffäre haben, dass man sich schön mit Aussichtsräten hat bezahlen lassen und gleichzeitig ist man noch im Polizeidienst. Aber das interessiert die Union nicht. Ja, genauso wie es nicht interessiert, dass jemand irgendwie vor Gericht einfach lügen kann und sagen kann, ja, was mit den Geldkoffern passiert ist, da weiß ich nicht. Da wird man eben dann trotzdem immer noch Innenminister und Finanzminister. Man hat ja bewiesen mit diesen Geldkoffersachen, dass man da mit Geld gut umgehen kann. Gell, Herr Schäuble? Na ja, also worum geht es eigentlich? Was will ich hier schon wieder mal? Es geht um Rainer Wendt, der umstrittene Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, einer der 58 Millionen Gewerkschaften der Polizei und die sich gegenseitig darum bekämpft, also übertrumpfen müssen an Blödsinnigkeiten, damit sie ja irgendwie möglichst viel in der Presse sind, weil sonst gehen die Mitglieder nämlich zu der anderen. Das ist ja eine der schönen Schröder-Sachen, die ja auch eine Sache der Agenda 2010 sind, die Aufsplittung unserer Gewerkschaften. Dass nicht mehr eine Gewerkschaft für Zugbegleiter, Lokführer und Schienenarbeiter zuständig ist und für die alle gemeinsam etwas aushandelt. Nein, die Gewerkschaften werden gegeneinander ausgespielt. Das ist auch Schröder. Das ist auch Agenda 2010. Und zum Jubel natürlich der CDU und der FDP. Ich schweife schon wieder ab. Nein! Also, 29. Mai gibt es eine Anhörung zu einem Gesetzentwurf und dafür einen unabhängigen Polizeibeauftragten. Erstmal gut, oder? Das ist die Polizei. Man hätte ja eigentlich sowieso keine Chancen innerhalb der Polizei. Und vor allen Dingen, wenn es keine wirkliche Behörde gibt, wo man sich die Polizisten, die ehrlichen Polizisten hinwenden können. Wenn die merken hier, das läuft hier echt schmuh hier und meine Kollegen prügeln ständig Zivilisten zusammen und sprechen sich dann halt ab vor Gericht und lügen dann einfach, sodass dann deren Sache dann fallen gelassen wird. Die Gegenanzeige der Polizei gegen den Zivilisten, die geht natürlich durch und wird dann bis zum Ende verfolgt. Und der ist dann irgendwann wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt, wird dann verurteilt. Und Polizisten, die vernünftigen Polizisten hatten bisher nicht wirklich die Möglichkeit, so eine Sache zu melden. Wie zum Beispiel beim Wehrbeauftragten bei der Bundeswehr. Sowas gibt es bei der Polizei gar nicht. Unglaublich, oder? So ein Amt gibt es nicht bei der Polizei. Eine Frechheit, so war es eigentlich. Eine echte Frechheit. Naja, der soll jetzt eingeführt werden. Erstmal noch positiv, oder? Ja, ist es. Aber wie zum Beispiel beim Datenschutzbeauftragten, da hatten wir zehn Jahre lang einen wirklich vernünftigen Mann da, der sich echt dafür eingesetzt hat, tatsächlich für den Datenschutz sich eingesetzt hat und sehr unbequem war natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Aber was braucht man eben an dieser Position auch? Peter Schaar hat zehn Jahre hervorragende Arbeit gemacht. Er wird dann abgelöst 2013. Und was ist von jemandem abgelöst, die selber gegen den Datenschutz mit abgestimmt hat? Und genau das merkt man natürlich auch einfach. Da kommt gar nichts. Da kommt überhaupt nichts. Datenschutz ist im Grunde genommen, wir haben keinen Datenschutzbeauftragten im Moment. Die arbeitet schön Hand in Hand mit der Wirtschaft, anstatt uns, unseren Datenschutz zu bewahren. Naja, genauso jemand, da soll jetzt reiner Wendt, soll jetzt genau dahingesetzt werden. Natürlich, die CDU macht nicht den bestmöglichen Menschen dahin, sondern der macht jemanden dahin, der einfach sich selber schon durch seine 20 Millionen Skandale irgendwie diskreditiert hat. Das schreibt dieser Mann in dieser rechtsradikalen Zeitung. Ständig Kommentare und Kolumnen. Interessiert ihn gar nicht anscheinend, dieser Scharfmacher. Wenn der nicht irgendwo in irgendeiner Runde sitzen kann und gegen Flüchtlinge und gegen schärfere Gesetze reden kann, dann ist er auch nicht zufrieden. Das ist unglaublich. Die innenpolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, Irene Michalic, sagte dem Blatt, und zwar der Berliner Zeitung ist das, Herr Wendt ist eher ein Lebenszeugnis dafür, dass wir dringend einen unabhängigen Polizeibeauftragten brauchen, an den sich Polizisten intern wenden können, um Missstände bekannt zu machen. Genau. Denn jemand wie Wendt ist genau das Gegenteil davon. Als Sachverständiger zu einem Thema, bei dem es um nicht weniger geht als die Etablierung einer institutionellen Fehlerkultur, hat sich Herr Wendt durch seine Affären gleich mehrfach diskreditiert, sagte Michalic der Berliner Zeitung. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stefan Mayer, rechtfertigte demnach die Einladung von Herrn Wendt. Herr Wendt ist ein ausgewiesener Fachmann. Das stimmt, da hat er recht. Also Herr Wendt, Rainer Wendt, weil es tatsächlich Fachmann darum geht, wenn es geht, an miese Polizeiarbeit, also hier als Schmuh, als Polizist zu machen. Da ist Herr Wendt, also wirklich kompletter Experte drin. Das ist ungefähr so, als wenn man Uli Hoeneß jetzt nach seinem, nach dem er jetzt aus dem Gefängnis entlassen worden ist, zum obersten Steuereintreiber machen würde. Mit der gleichen Begründung. Der hat 28,5 Millionen Steuern hinter zogen. Da, der ist Experte da drin, Steuern zu hinterziehen. Den machen wir doch jetzt mal zum Sonderbeauftragten für Steuereintreibungen oder was. Ne, genau das Gleiche ist das, wenn man jetzt hier den Wendt irgendwie als Beauftragten für Missstände bei der Polizei einsetzen würde. Das Einzige, was der noch machen könnte, ist, denen noch bessere Tipps geben, wie man nicht erwischt würde oder was. Wobei, er ist ja auch selber schon oft genug erwischt worden mit seinem Schmuh. Unglaublich sowas. Aber das ist unsere CDU. Das ist unsere CDU. Das ist ähnlich wie in Amerika. Trump hat so gut wie jedem, in jedem Ministerium jemanden eingesetzt, der eigentlich der größte Gegner dieses Ministeriums ist. Scott Pruitt bei der EPA, der hat die Umweltbehörde mehrfach verklagt, weil er sagt, diese Regulierungen, die dazu da sind, die Umwelt zu schützen und vor allen Dingen halt auch, die Bevölkerung zu schützen, vor zum Beispiel Blei im Grundwasser zum Beispiel, ja. Oder jetzt gegen irgendwelche Oil Spills von Pipelines und sowas in der Richtung. Da wird natürlich jemand anderes eingesetzt, der die EPA genau dafür verklagt hat, dass diese Regulierungen zu scharf sind. Oder Betsy Devers, die sich dafür einsetzt, öffentliche Schulen abzuschaffen und dafür dann lieber nur private Schulen und am besten christliche Schulen und am besten Schulen, die total viel Schulgeld kosten und ihre Familie, die besitzen dann die Firmen, die diese Schulgelder dann eintreiben und sich daran eine goldene Nase verdienen. Die ist dann zur Bildungsministerin gemacht worden. Und genau das Gleiche ist es, wenn die CDU so durdelig ist, Rainer Wendt diesen Posten anzugedeihen. Ja, nachdem, der müsste normalerweise aus dem Staatsdienst rausgeschmissen werden. Der dürfte nie wieder in den Staatsdienst, nachdem er sich hier diese Besoldungsaffäre geleistet hat. Aber bei der CDU, da kann man auch mal gerne vor Gericht vergessen, was man mit den Geldkoffern gemacht war. Das interessiert überhaupt nicht. Das weiß ich nicht. Und Geldkoffer? Ich weiß, ich hatte Geldkoffer, aber was ich mit denen gemacht habe, das weiß ich nicht mehr. Dann wird man danach noch Innenminister und Finanzminister danach. Ja, gell, Herr Schäuble? Das ist die CDU halt einfach. Das begreifen auch vor allen Dingen viele, anscheinend sehr viele junge Menschen, die tatsächlich da zu dieser... Es gibt ja tatsächlich, die unter 30-Jährigen, die strömen zur CDU. Die sind nicht ganz dicht. Die sind so indoktriniert. Die glauben diese Scheiße auch noch. Unglaublich. CDU. Ein Pfaffenverein. Unglaublich. Echt. Unglaublich. Untertitelung des ZDF, 2020